Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Louis Holtby und der Hamburger SV gehen ab dem Sommer getrennte Wege Urheberrecht Getty Images, 22. März 2019, 13.31 Uhr München, nach 5 Jahren gehen Louis Holtby und der Hamburger SV getrennte Wege. Der einstige Nationalspieler erhält kein neues Vertragsangebot beim HSV. Nach 5 Jahren ist für Louis Holtby im Sommerschluss beim HSV, wie der Tabellenzweite der 2. Liga am Freitag mitteilte, erhält der 28-Jährige kein neues Vertragsangebot. Sein aktueller Kontrakt bei den Hanseaten läuft Ende Juni aus. Louis hat unsere Entscheidung sehr professionell aufgenommen. Er wird sich weiterhin maximal in unsere gemeinsamen Aufgaben knien und seinen Beitrag dazu leisten, mit dem HSV den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erreichen, erklärte Sportvorstand Ralf Becker. Holtby war 2014 zunächst auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zum HSV gewechselt, seit 2015 stand er fest bei den Rotusen unter Vertrag. Punkt. In der aktuellen Zeitligasaison kommt der Mittelfeldspieler in 24 Einsätzen auf 4 Tore und 5 Assists. Punkt. In der aktuellen Zeitligasaison. 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 Punkt. In der aktuellen Zeitligasaison.